hallo lego freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zu einem kleinen special ich werde mich den truck den ich hier jetzt schon habe aufgebaut hier fahren lassen im schnee und gucken ob er es schafft oder was nicht schafft ich lege einfach mal los bisher kämpft er sich ganz gut voran hier reicht es dann aber auch es ist auch echt schwierig und das tut dem lego wahrscheinlich auch nicht gut ist es hier so nass und kaltes ich würde sagen es war mal ein kleiner versuch mal draußen zu fahren ich sag dann mal so ich werde garantiert noch mal ein video von dem truck hier machen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal also bis dahin bis dahin